Moin Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir eine Weile, eine weitere Runde GDA Online und zwar wieder mit Luke. Wir machen unsere weiteren... Hä, ich hab doch die Ape kaputt geschossen. Warum müssen die jetzt grünen hier? Wir spielen unsere weiteren Missionen weiter und zwar die Eidenposts. Was ist da? Eidenposts. Anzüge. Ich bin... Ich kann lesen. So, los geht's. Oh, scheiße. Falls ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Dankeschön. Warte mal, Ralf. Warte mal, ich müsste bei uns beziehungsweise... Nein. Ralf. Ralf. Komm mal, kommst du mit hoch? Was machst du? Alter. Und jetzt? Lässt dich fahren, oder was? Ja, ich darf nur nicht fahren. Alter, wer ist er denn? Ey, du hast mein Fahrer umgebracht, oder? Ja, das ist der Fahrer daneben. Ja, komm, du bist doch. Dankeschön. Das ist ja nicht sehr nett. Aber nur die Schwarzen. Na klar. Danke, wir beißen. Was? Was? Hä? Ich bringe dich um. In real life. Alter, Junge. Guck doch mal in den Spiegel. Kek. Junge. Das war bestimmt ein Schwarzer. Bestimmt war das, Alter. Ausländerschwein. Ja. Das sieht auch so. Ich bin wenigstens so kompetent und guck vor den Spiegel, ob jemand kommt. Ja. Und da schießt du wenigstens vor den Menschen. Genau. Als Strafe. Guck mal, wie gut ich fahre. Ich fahre wenigstens keinen um. Oder bin wenigstens keine Behinderung. Okay. Ja, ich sehe, du fährst sehr schnell. Gut, aber wenigstens verletzt. Ich verletze wenigstens niemanden. Das ist aber nicht so gut. Guck. Hier. Alles, alles, alles. So. Ja, das, ja. Sehr schön, fährst du hier. Danke. Und alles Richtgeschwindigkeiten. Alles nach, äh, wie heißt's, nach, nach... Wir sind ja in Deutschland, ne? Hier hat kein Tempolimit. Nach Straßenverkehrsordnung ist das alles hier. Also es. Ich weiß nicht, es könnte aber was sein. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen muss. Oder warte mal. Ja, es ist sicherlich für meine Hilfe. Wo komm ich denn rein? Ach, hier. Oh, shit. Oh, ne. Deswegen hab ich's... Deswegen wollte ich das nicht. Mein... Alter, ne. Junge. Ich bin tot. Hätt ich mir... Oh, mein Auto. Mein Gott. Mein Gott. Alter, du hast doch keine Chance. Der schießt mit dem Panzer auf uns. Alter, guck dir die doch mal an. Äh, Reif, da ist ein Panzer. Das ist ein Scheiß. Alter. Ah, Junge. Alter, warum schießen die denn mit dem Panzer? Und die nicht neben den Filmen? Alter, jetzt steig. Alter, ich selber in die Luft hier ab. Alter, Junge, ich will in die... Ja, ich will jetzt in so ein Panzer steigen, Junge. Ich will mir gleich ein Panzer. Alter. Vor allen Dingen, die Soldaten, die daneben stehen, die werden einfach gar nicht getroffen, ne. Denen geht's gut. Punter-Munter, Alter. Alter, ich hab' den Panzer. Dann bringen alle um. Oh, mein Gott. Was mit dir hier? Ich hab' auch... Oh, Alter, ne. Eine Scheiß-Mission, Junge. Okay, mir macht es dir auch viel Spaß. Zerstör' nicht den Panzer, Alter. Junge, ich hab' gesagt, du sollst ihn nicht zerstören, du dummes Kind. Man war'n Gegner und wir haben auf mich geschlossen. Alter. Junge, du bringst mich einfach um, Junge. Ey, Junge, ich könnte kotzen. Das will ich hier gar nicht so um. Alter. Luke, Junge, ich kann nicht mehr mit dir spielen. Da ist ein Panzer. Du bringst mich um. Ich mach' gar nichts. Alter, Luke. Hör auf zu schießen. Aber da ist ein Panzer. Da ist deine Mutter, jetzt hör auf. Alter, Luke. Alter. Alter. Alter, ich fängst jetzt mal ins Terminal. Alter, Junge. Oh, shit, da kommt ein Panzer. Ja, jetzt beschütz mich, komm. Vielleicht, oh Gott. Yes, oh Gott. Wie so dumm geht hier am Minispiele, Alter. Pertsch. Drinne. So, sammel beide sein. Ja, mach ich. Alter, warum ist das so laut? So, hab eine Tasche. Kannst du meine einzelne? Nein, kann ich nicht. Ich kann los, aber schon mal ab, wenn ich es verteidige. Warte, warum war ich so im behinderten Bucky, Alter. Ist bitte, lässt ja mein Auto noch da. Oh, Gott sei Dank. So. Komm, vf vor. Warte, nah, da hinten kommen die Panzer. Achso, ja, dann mach das. Ja, mach. Sag Bescheid. Was willst du dann fahren? Ich, ich hole ihn. Gut. Warte, ich weiß, bevor du rausfährst. Oh, du kannst abhauen. Gut, danke. Bis gleich. Oh, Panzer. Achso. Nein, 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 nein. Alter, verpisst. Ah, mein Gott, er hat sie verliebt. Wo ist denn der Anzug? Alter, überall ist ein Panzer. Alter. Junge. Alter. Alter. Ich hab einen eigenen Panzer gejagt. Oh, gut. Hast du jetzt einen Panzer? Ja. Du musst mich abholen. Ja. Das ist auch ein Panzer. Ah, ich habe ihn gerannt. Hier sind überall Panzer, Junge. Ja, bei mir piept alles. Ich sterbe auch gleich. Alter, komm doch her. Erst da bist du, komm rein. Komm. Komm, steck ein, du Otto. Da kann ich sein. Hier steckt ja nicht ein. Dann bleib drauf. Oh. Ja, das ist der falsche, Alter. Oh, scheiße. Ja, okay. Fall mir, Alter. Dann beschützt mich, komm. Beschützt mich, Alter. Oh, Junge. Alter, bei mir piept irgendwas. Ja, ich wüsste, er geht gleich hoch. Das ganz normal. Oh, scheiße. Ich hab dir was bei der Tasche bei ihm eingedrungen. Noll. Soll ich dazu noch irgendwas sagen? Wenigstens machst du mir keinen Schaden. Warte, ist jetzt der Panzer so dumm und schießt er auch nicht? Oder nicht? Warte, ich steck ein, ich steck ein. Ja, da nimm den Panzer. Alter. So, ich hab einen. Okay, gut, abmarsch, Junge. Let's go. Oh, shit. Bahn frei. Bis in den Hecken. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin hochgegangen. Was auch das Militär so, damit viele Panzer hat. Hör auf, mein Auto zu zerstören, bitte. Oh, es gibt noch Stoff, du Arschloch. Wo ist mein Auto hin? Hätte ich nicht. Immer schreit hier die ganze Zeit. Ja, mir geht es ja auf den Sack überall dran. Überlegen, überlegen, überlegen. Oh, Junge. Ich hab's geschafft. Hast du einen Düsenjet? Nein, Auto. Und, tschüss. Alter, warum ruckelt das so, Junge? Alter, ist so viel los. Hol' mich trotzdem ab. Ja, ich fahr' noch was für hier. Hier, ich fahr' auf den Berg. Wir treffen uns oben auf den Berg. Oh, ja. Junge, jetzt bin ich gespannt, ob die Karre das schafft. Komm. Go, 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 go. Was? Ja, warte. Ja, warte. So. Oh, scheiße. Was, was, warte, warte. Junge. Ich bin selbstständig. Jetzt bleib doch stehen. Wo ist die Tür hin? Äh, es hat doch wieder wollen. Na komm. Jetzt, los geht's. Ein Todeskampf. Einer Scheiße. Junge, Junge, ey, 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 ey. Alter, komm, so klar. Oh, Gott sei Dank. Oh, Junge. Alter, endlich. Junge, ist 18 Minuten voller Chaos. Hm? 18 Minuten voller Chaos. 18 Minuten voller geiler Scheiße. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich immer darüber freuen. Lasst gerne einen Like unten ab oder bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Tschau.